Lavo, 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 Lavo. Eine Hygieneschutzwand als Schallschutzwand. Das muss ich eigentlich kaum glauben. Schauen wir mal, was es hier oben auch gibt. hallo das ist aber schon erwischt sich gerade in einer pause ja ich bin auch sofort wieder weg ich war nur kann etwas konzentriert da unten gab es eine hygienewand die irgendwie auch als schallschutzwander haben sie das auch beim saxofon ist das natürlich angesagt das kann ich mir gut vorstellen ja ja nichts durch keine partie keine aerosole und auch keine tröpfchen infektion ist da möglich und wie sie das mit ansteckenden noten mit noten ja erstaunlich anderes material als und funktioniert auch funktioniert auch das heißt die noten bleiben auch weg ich kann ich kaum glauben ich habe mich da irgendwie auf den arm genommen aber zeige doch mal wie das bei ihnen aussieht und sie haben jetzt einfach weiter gespielt die noten sind weg haben sie nichts gehört die noten sind nein nein die noten sind weggeschubt wow klasse das lassen wir patentieren uwe pickard vielen dank